Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Gast-Nerdizist Andreas vom Panel. Ich grüße dich. Hello vom Discovery Panel, so viel Zeit muss sein. Entschuldigung. Von irgendeinem Panel. Von irgendeinem Panel. Was ist denn seltsam hier? Er kommt von irgendeinem Panel und Gott ist er jetzt hier. Von der Bühne weg engagiert. Und wir treffen uns natürlich wieder zu unserem munteren Talk über The Walking Dead. Wir haben C-bedingt und auch terminlich bedingt und überhaupt mal wieder ein paar Folgen ausgelassen. Die haben schon Twitter-Nachrichten gekriegt, wo wir denn bleiben. Da sind wir wieder. Diesmal mit den Folgen 13, 14, 15 und 16. Also wir hätten auch schon letzte Woche aufzeichnen können. Aber dann habe ich festgestellt, ach so, wir haben ja noch eine Folge. Da können wir ja gesagt, na gut, dann können wir die jetzt auch noch mitnehmen. Das macht jetzt den Bock auch nicht mehr fett. Ja und wir gucken mal, wie wir es dann in der dritten, wie nennt man das denn jetzt eigentlich? Worauf hat man uns geeinigt? Halbstaffel, das geht ja nicht. Im dritten Staffelteil, mal gucken, wie wir es da machen werden. Also ob wir da auch zwei Podcasts zu machen oder vielleicht dann nochmal drei oder so. Schauen wir mal. Ich sag mal, das richtet sich auch ganz stark, wie dramaturgisch geschickt es die Macher uns aufbereiten werden. Wenn das in dem Tempo weitergeht, wie es jetzt so ist, dann weiß ich nicht, ob wir da jede zweite Folge besprechen können, wollen, müssen, sollen. Ich habe mir da ehrlich gesagt auch schon Gedanken drüber gemacht und bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber Stand jetzt würde ich sagen, es läuft eher auf zwei Folgen und eher nochmal ein großes, was von elf Jahren Walking Dead übrig blieb, hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt ja auch gar nichts übrig. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist wie so eine Beziehung, die eigentlich schon längst beendet ist, aber keiner will es wahrhaben. Das ist doch traurig. Also ich meine, komm, es ist die letzte Staffel und wir genießen diese letzte Staffel und vielleicht haut uns ja Staffel Folge 17 dann nachher so weg, dass wir einfach zu jeder Folge in den letzten Staffelteil noch eine Folge machen wollen. Wer weiß, wer weiß. Das kann natürlich möglich sein und ich würde es mir wünschen, wenn es so ist, aber wenn ich das gerade eben mit dieser Beziehung sagte, die eigentlich schon durch ist und keiner beenden will, dann meine ich das dahingehend, dass hier einfach sich nichts anfühlt, als würde, also wir wissen, es ist zu Ende, es geht zu Ende, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Man lebt so in den Alltag hinein, man erzählt uns eine Geschichte nach der anderen, man holt neue Bösewichte aus der Versenkung oder man führt neue Bösewichte ein, holt Alter aus der Versenkung wieder und irgendwie kann man sich nicht so recht lösen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, da können wir gleich noch im Detail drüber sprechen, dass, naja, im Grunde genommen auch nach elf Jahren Walking Dead nichts wirklich abgeschlossen ist, sondern es halt irgendwie dann trotzdem noch so weiter vor sich hin dümpelt und wir eigentlich gar kein richtig befriedigendes Ende bekommen. Aber ich möchte gar nicht so weit vorgreifen, denn du hast natürlich jetzt gerade nochmal die Lippen geschürzt, um was zu sagen, da möchte ich dich gar nicht unterbrechen, ansonsten warten wir natürlich auch sehnsüchtig auf dein Recap, aber du wolltest noch was sagen. Ja, ich weiß nicht, ich bin gespannt, also es werden ja schon so ein paar Sachen wieder irgendwie zusammengeführt, vielleicht für kommende Serien, aber wir werden da wahrscheinlich gleich noch drüber reden, also zum Beispiel was zwischen Maggie und Negan passiert, welche Rolle Lydia eigentlich einnimmt, da müssen wir uns vielleicht mal Gedanken drüber machen und in welcher Serie die später auftauchen könnte und auch was mit Carol denn passiert. Also ich glaube auch Carol wird noch aktiver werden, als sie es jetzt eigentlich in diesen vier Folgen, die wir jetzt gleich besprechen werden, war. Das heißt, da müssen wir vielleicht mal einen Ausblick wagen, so was, was denn in der letzten, was in dem letzten Staffelteil, darauf müssen wir uns jetzt einigen, wir nennen es letzten Staffelteil, was denn da passieren wird. Ja, es gibt noch jede Menge Namen, die ich auf der Liste habe, die wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben, die auch noch irgendwie untergebracht werden müssen und da frage ich mich langsam, wie sie das machen wollen. Gut, wir werden jetzt aber erstmal über die Folgen 13 bis 16 reden und ich habe gehört, du hast da was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet, du darfst dich zurücklehnen, denn es wird ein bisschen länger werden, weil ich meine, es waren immerhin vier Folgen, die ich jetzt hier nacherzählen muss. Wir fangen an mit der Episode 13, Warlords, Kriegsherren. Wir beginnen da vor den Toren von Hilltop, wo sich Lydia eigentlich entschieden hat, dem Commonwealth beizutreten. Dann kommt aber ein Typ angeritten, erschossen und mit einer Karte in der Tasche. Maggie will eigentlich Ressourcen sparen, lässt sie aber am Ende überzeugen, mit Lydia, Elijah, der Gruppe des Fremden helfen zu gehen. Sie treffen dann irgendwann auf Commonwealth Soldaten Zombies, ermordet und fragen sich, was ist da passiert? Schwenkt zu Aaron, der mittlerweile, das ist ein kleiner Rückblick, bei der Commonwealth Einwanderungsinitiative hilft. Neueste Aufgabe da, eine Gruppe von religiösen Siedlern soll ins Commonwealth aufgenommen werden, Experte dafür ist natürlich Gabriel, klar. Und Jesse, ein jüngerer Mann, der offensichtlich auch in dieser Einwanderungsinitiative arbeitet, ist ihre Kontaktperson zu Carlson, dem Chef der Einwanderungsinitiative. Und Jesse ist der Typ, der später erschossen vor Hilltop auftaucht. Das heißt, wir wissen, dem wird es nicht gut ergehen später. Carlson selber ist schon bei der Observierung der religiösen Gruppe. Die sehen allerdings gar nicht so freundlich und gewillt aus, wie gedacht. Aaron und Gabriel wollen sich deswegen auch fernhalten, Carlson will das Ding aber durchziehen. Sie gehen also zu der Gruppe, müssen als erstes ihre Waffen abgeben. Ihr Chef Ian ist ziemlich durchgeknallt, zeigt ihnen ein Regal voller Schädel. Das eskaliert auf jeden Fall ziemlich schnell und plötzlich übernimmt Carlson die Initiative. Wir gehen in einen Rückblick, vom Rückblick. Carlson ist nämlich offensichtlich ein Hornsby-Mann und offenbar ehemaliger CIA-Agent vom übelsten Schlag. Attentäter wird uns ein bisschen suggeriert. Er soll wohl herausfinden, wo die Waffenlieferung abgeblieben ist, die Hornsby zu den drei Gemeinden schicken wollte. Da Ian, dieser religiöse Führertyp, in der Gegenwart davon keine Ahnung hat, wird er schließlich erschossen. Der junge Jesse versucht zu fliehen, aber ein Commonwealth-Soldat tötet ihn, bzw. schießt ihn mit dem Rücken. Gabriel, der zwischenzeitlich Widerstand geleistet hat, wird festgenommen und entkommt dann aber auch. Kein guter Tag für Carlson. Wie er entkommt, sehen wir dann später. Mit dieser Geschichte konfrontiert jetzt Aaron, der ebenfalls entkommen konnte, Maggie und ihre Truppe. Und für Maggie gibt es nun mehrere Fragen. Warum hat das Commonwealth so viele Waffen? Und woher hatte Jesse die Karte? Von Aaron nämlich nicht. Das erfahren wir dann in einem weiteren Rückblick. Negan und eine neue Kameradin namens Annie haben Jesse getroffen, Gabriel gerettet und Jesse die Karte gegeben. Und jetzt gibt es einen Showdown in dem Gebäudekomplex. Carlson ist sauer, bezeichnet alle Bewohner als Feinde des Commonwealth und tötet einen nach dem anderen, indem er sie vom Dach stößt. Dann schickt er seine Soldaten durch die Wohnung, Auftrag, alle töten, die sie finden. Also akute Gefahr für Negan, Gabriel, Annie und ihre Gruppe, die in einer Wohnung sitzen. Aber hilfenah, denn auch Maggie, Aaron, Lydia und Elijah sind im Gebäude und haben schon einen ersten Commonwealth-Soldaten ausgeschaltet. Und damit gehen wir in Folge 14. The Rotten Core, der verdorbene Kern, starten genau in dieser Situation. Carlson und seine Soldaten streichen durchs Gebäude. Maggys Gruppe trifft auf Annie und Negan. Riesige Wiedersehensfreunde natürlich zwischen Maggie und Negan. Sie verschanzen sich in einem geheimen Raum und machen einen Plan. Idee, Überlebende aus jeder Etage retten. Negan bleibt da und verrät Gabriel, dass er mit Annie verheiratet ist. Ich frage mich, wie lange war der eigentlich weg? Dann sieht Negan Herschel Jr. durchs Fenster, der gerade von einem Soldaten abgeführt wird. Negan tötet den Soldaten und rettet Herschel. So richtig Stimmung mag zwischen Negan und Herschel aber nicht entstehen, denn Herschel checkt relativ schnell, dass Negan seinen Vater getötet hat. Das ist natürlich nicht die beste Basis für eine Freundschaft. Annie erzählt Maggie in der Zeit, dass sie von Negan schwanger ist. Sie weiß, was er getan hat, aber sie glaubt, dass er sowas nun nicht mehr tun würde. Für Carlson läuft die Nummer überhaupt nicht gut. Der wird erst auf eine falsche Fährte gelockt, dann in die Enge getrieben, dann werden seine Soldaten von Elijah getötet und schließlich wird er von Aaron auf dem Dach erschossen. Die Frage ist, können Aaron und Gabriel jetzt noch ins Commonwealth zurück? Maggie meint nein, Aaron will aber gehen, weil er meint, ja, irgendwie, die werden ja auch danach fragen, was denn passiert ist. Die letzte Frage, die hier offen bleibt, wer hat jetzt nun die Waffen geklaut und die Commonwealth-Soldaten gekillt? Das erfahren wir in der letzten Szene. Es war nämlich Lea. Sie ist wieder da. Wir gucken aber auch nochmal, was im Commonwealth eigentlich passiert. Daryl und Rosita bekommen den Auftrag, nach einer Herde Walker am Nordrand der Stadt zu gucken. Sebastian Milton, der sich beweisen will, kommt mit, hat dann aber einen Sonderauftrag. Sie sollen Geld aus einem Tresor im Haus auf der anderen Seite der Herde klauen. Offensichtlich hat seine Mutter ihm nämlich die Kohle gestrichen. Rosita und Daryl hüllen sich dann in Walker-Eingeweide, werden vorher noch von Sebastian irgendwie, die Kinder werden bedroht oder sowas. Da flippt Daryl noch kurz aus. Egal, sie hüllen sich in Walker-Eingeweide, bahnen sich unbemerkt ihren Weg durch die Herde. Natürlich gibt es noch eine andere Geschichte hinter dem Geld. Es wurde nämlich schon andere Gruppen reingeschickt, um das Geld zu finden. Eine Frau namens April ist die einzige Überlebende dieser Gruppen. Daryl kann dem Haus Strom wiedergeben, die Walker abwehren und das Geld an sich nehmen. Aber wie kommen sie jetzt wieder aus dem Haus raus? Das Problem wird gelöst durch Mercer und Carol. Die retten die beiden. Daryl ist nämlich nicht zum Mittagessen mit Carol erschienen, wofür er sich verabredet hatte. April schafft es leider nicht. Die wird Zombie-Frühstück. Und von zwei Soldaten von Sebastian, also irgendwie die Leibgarde oder so, erfahren sie dann, dass Sebastian schon über 40 Leute in das Haus geschickt hatte. Mercer killt die Soldaten, empfiehlt Daryl und Rosita aber, Sebastian das Geld zu bringen. Und das machen sie dann auch widerwillig. Carol erzählt Hornsby, was Sebastian getan hat. Aber Hornsby wusste das schon. Und Carol merkt, oh je, Hornsby, das ist wohl ein Böser. Und damit gehen wir in Episode 15. Die Episode heißt Trust, Vertrauen. Und wir sehen dann Hornsby mit so einem Soldatentrupp rund um Daryl, wie sie Carlson's Leiche finden. Aaron und Gabriel betonen, dass die Mörder alle außer sie abgeschlachtet haben. Sehr glaubwürdig. Und jetzt spielen wir CSI Commonwealth. Erster Ort der Ermittlung, Hilltop. Vorher macht Hornsby im Wald, aber Aaron und Gabriel klar, dass sie für ihn gar nichts mehr bedeuten. Sie müssen jetzt per Hand Walker töten und schaffen das nur mit der Hilfe von Daryl. Vor dem Commonwealth sehen wir dann eine Szene, die wir schon mal gesehen haben. Maggie lässt sie nämlich nicht rein. Aber Daryl kann sich dann relativ schnell überreden. Hornsbys Team durchsucht Hilltop komplett und sehr, sehr passiv-aggressiv. Weil Maggie merkt, dass sie ihm eh nicht glaubt, befiehlt sie, dass die Soldaten bis Sonnenuntergang weg sein sollen. Es eskaliert dann, als Hornsby mit Herschel Jr. spricht. Daryl schlägt sich nun auf die Seite vom Hilltop und schmeißt die Soldaten raus. Hornsby gibt nach. Zumindest Aaron, Gabriel und Daryl ist aber klar, dass Hornsby nicht aufgeben wird, bis er irgendwas gefunden hat. Und das passiert dann auch in der Nacht. Hornsby findet nämlich Leia. Aber anstatt sie zu bestrafen, bietet er ja irgendeinen Job an. Währenddessen im Commonwealth, Mercer und Princess sind offensichtlich in einer glücklichen Beziehung. Das hatten wir ja schon mal gemutmaßt, jetzt wissen wir es. Aber alle müssen erstmal den Fall Sebastian aufarbeiten. Connie bringt den Fall, also diese Nummer mit dem Geld. Connie bringt den Fall mit ihrer Liste von Namen zusammen, die sie nach dieser Protestaffäre und dieser Gala da bekommen hatte. Denn da steht der Name von April drauf. Connie will jetzt Zugang zu den Akten von Pamela. Eugene will Max dazu überreden, sie ihnen zu besorgen. Klappt am Ende auch, nachdem Max ihren Bruder Mercer mit der Nummer konfrontiert hat und Mercer sich am Ende bei Princess entschuldigt. Mercer bekommt halt zunehmend Probleme damit, so viel Verantwortung für die Commonwealth People zu tragen. Zuletzt. Was war eigentlich mit Ezekiels OP? Das hatten wir fast vergessen. Die ist gut gelaufen und hat auch neue Aufgaben, von denen Carol aber erstmal nichts erfahren darf. Ezekiel hat einen Plan, der will Tommy überreden, eine Operation durchzuführen und dafür Vorräte im Krankenhaus zu stiehlen. Tommy lässt sich überreden, geht aber schief und Carol muss die beiden aus dem Gefängnis rausquatschen. Dann weiht Ezekiel Carol auch ein. Er betreibt mit den anderen eine geheime Tierklinik. Da sollen aber jetzt auch Leute operiert werden, die sich im Commonwealth OPs nicht leisten können. Zum Beispiel seine Freundin Theresa. Und die Blinddarm-OP bei Theresa geht fast schief, aber Tommy bekommt das dann am Ende alles hin. Und wir sind in der letzten Episode Acts of God. Höhere Gewalt. Gucken da erstmal nochmal kurz ins Commonwealth. Max schnüffelt jetzt für Eugene, Connie und Kelly bei Pamela Milton. Sie erfährt von irgendeinem 50.000 Dollar plus in den Kassen, aber Pamela will damit kein Stipendium für die Unterprivilegierten aufbauen. Pöse. Doof ist auch Sebastian, der Max beim Schnüffeln überrascht und betrunken rumweint, dass seine Mutti ihn nicht mehr lieb hat. Max hat auf jeden Fall wieder eine Liste gefunden, aber mehr Infos gibt es da auch nicht. Also entscheidet sich Connie und Kelly zuerst über Sebastians Machenschaften mit diesem Geldhaus zu schreiben. Und Ezekiel will jetzt auch mit seinem kleinen Netzwerk bei der Recherche helfen. Am Ende erscheint auf jeden Fall ein Artikel mit der Überschrift Pamela Milton lügt euch an. Ich bin gespannt, wo das hinführt. So, aber der Plan von Hornsby mit Lea, der wird jetzt klar. Sie soll Maggie für ihn töten. Nennt man natürlich Win-Win, denn Lea hat ja auch noch was mit Maggie offen. Wir erinnern uns an die Reaper-Episode. Lea zieht also mit einem Spezialkommando von Commonwealthern los und nebenher läuft noch so eine andere Apokalypse. Plötzlich gibt es nämlich eine Heuschreckenplage. Und wir haben die ganze Folge über einen Summen im Hintergrund. Maggie erfährt von dem nahenden Angriff, verschanzt sich erstmal mit Negan und seiner Frau Annie in so einem typischen Whisperer versteckt und unter der Erde. Sie entscheiden zurückzugehen und das Commonwealth zu bekämpfen. Herschel Jr. bleibt bei Negan, denn Maggie vertraut ihm nun wieder, nachdem er Herschel bei dem Gebäudekomplex gerettet hat. Ob das nicht noch was Schönes wird zwischen den beiden? Lance schickt eine Gruppe Soldaten inklusive Daryl, Aaron und Gabriel zum Spähen. Die Stimmung ist gereizt. Und bevor sich die Soldaten gegen unsere Jungs richten, greifen Daryl, Aaron und Gabriel die Commonwealther an. Geht nicht ganz ohne Verluste, aber sie gewinnen. Und warum war da eigentlich eine Schlange, frage ich mich. Müssen wir gleich besprechen. Lea und ihr Trupp sind mittlerweile in Hilltop angekommen. Aber Hilltop ist nicht nur verlassen, das Gebäude ist auch vermint und fliegt bei ihrem Betreten in die Luft. Lea überlegt, lebt aber scheinbar unverletzt und kann beim Rauskommen auch noch Marcus erschießen. Und wir fragen uns, wer war denn eigentlich Marcus? Es kommt zum Showdown zwischen Maggie und Lea im dunklen Wald. Lea gewinnt erst die Überhand, kann Maggie in einer Hütte an einen Stuhl fesseln. Dann ist sie aber scheinbar zu blöd, um feste Knoten zu machen. Maggie kann sich losreißen und einen Kampf beginnen. Sehr blutig und fast geht Maggie drauf. Aber dann kommt Daryl und tötet Lea. Commonwealth Soldaten rücken vor der Hütte auf. Daryl schießt auf Hornspiel, verletzt ihn schwer im Gesicht. Das hindert den aber dann nicht daran, noch Hilltop, Alexandria und Oceanside einzunehmen. Was mit den Oceansides passiert, scheint die Münze zu entscheiden. Wir können gespannt sein. So, du hast mir nach der ersten Folge geschrieben, wow, was für eine krasse Episode. Hast du das auch gedacht? Das ist die Folge 13. Genau, Warlords. Ich fand die atmosphärisch echt gut. Und das war irgendwie so eine Gruppe, die ich interessant fand und wesentlich interessanter als die Reaper. Und die Reaper hätte es halt für mich jetzt am Ende gar nicht mehr gebraucht. Also der ganze Plot mit den Reapern war halt irgendwie nur ein Vehikel, um die Lea wieder reinzukriegen. Aber die hättest du mit jedem Vehikel wieder reinkriegen können. Also die hätte auch im Commonwealth sein können. Das wäre völlig wurscht. Wenn du sie reinbringen willst, bring sie halt rein. Das ist ja sowieso egal. Und wir hatten es in der letzten Folge ja auch schon gesagt, dass wir die Reaper-Geschichte sehr schwach fanden. Und das hat sich hier jetzt nochmal bestätigt. Es war natürlich etwas, ja, wie soll ich sagen. Ich bin froh, dass The Walking Dead jetzt bald zu Ende geht. Zumindest diese Serie, weil es einfach inzwischen völlig vorhersehbar ist. Also es gilt einfach schon seit langem hat der Charakter einen Namen. Sage bitte lieber schnell mal Amen. Ja, weil kommt jemand und er hat einen Namen, ist er tot. Es ist immer so. Marcus, April, you name it. Ja. Dann dürfen anscheinend Darsteller aus Terminator-Filmen auch immer nur eine Folge mitmachen. Also Karlsson war immerhin zwei dabei. Ja, aber ich rede von Michael Biehn, der ja den, Gott, wie heißt er denn, in Terminator gespielt hat. Tja, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Genau den meine ich, in Terminator 1. Ja. Der, der also für den ganzen Driss überhaupt verantwortlich ist, weil er nämlich statt Sarah Connor zu retten, mit ihr noch pimpern muss und deswegen überhaupt alles erst in Gang bringt. Ja, ihr wisst, wen wir meinen. Der hat ja mitgespielt und Robert Patrick, der Terminator 1000 in Terminator 2 spielt, in den flüssigen. Mhm, der hat in diesen Zusatzpersonen mitgespielt, ne? Mhm. Und von daher fand ich diese Gemeinschaft und auch den Typen eigentlich recht interessant, aber ich. Ach, das war der, ach, das war Ian. Ja, genau. Ian war gespielt von Michael Biehn. Aber nicht in der finalen Staffel und nicht sechs, sieben, acht Folgen vor Schluss, ja, völlig deplatziert. Äh, mir fehlt, also in sich zwei atmosphäre Stichte folgen auch, muss ich ganz ehrlich sagen, durch die unerwartete Gewalt seitens, äh, dieses von dem Tobi Carlson, also dass er die, der einfach vom Dach schmeißt, okay, und dann noch ein. Das war schon crazy, ne? Also. Okay, das habe ich zwar. Was war das für ein Charakter, was war das für ein Charakter, was hast du da, was hast du da gedacht? Weil ich meine, der ist ja, äh, der, der wurde ja eingeführt und ich hatte irgendwie gedacht, okay, das wird jetzt bis zum Ende irgendwie der, ja, der, halt der Warlord für, äh, für Hornsby irgendwie, ne? Ja, und auch der Gegenspieler, der Gegenspieler zu Mercer, ich hatte ehrlich gesagt schon den Showdown mit Mercer gesehen, ganz am Ende. Ja. So ähnlich wie Daryl gegen, gegen Beta. Aber dann war es relativ schnell zu Ende. Ja, und das ist halt dann auch, weißt du, jetzt, jetzt, jetzt schmeißt man so, äh, neue Charakter für ein, zwei Folgen rein, denkst du, okay, der Ian-Charakter war nicht ganz uninteressant, wär mal jemand gewesen, hätte man mehr draus machen können, definitiv interessanter als der Pope, ähm, denn Tobi Carlson wär doch mal ein skrupelloser, gerade in Verbindung mit Lance Hornsby mal ein geiles Duo gewesen, ja, also ein absolut eiskalt, skrupelloser. Killer. Und dieser etwas durchgedrehte, ähm, Strippenzieher im Hintergrund, hätte ich ein geiles Duo gefunden, die beiden. Gerade auch so ein bisschen als Kontrapunkt eben, wie gesagt, schon zu Mercer, der sich ja ganz sicher zum Aufständischen entwickeln wird, ähm, dann vielleicht mit eben Daryl oder Carol oder irgendwer, wer halt bei unseren Freunden so die Strippen zieht. Das wäre doch ein schöner Gegensatz irgendwie gewesen oder mit Maggie, Maggie von mir aus, irgendwie so ein Kram. Ähm, deswegen fand ich das eine, in sich zwei sehr dichte Folgen und sehr atmosphärisch gute Folgen, die mir auch, die kurzweilig waren, die mir auch Spaß gemacht haben, auf jeden Fall. Ja, bis dann halt am Ende plötzlich Lia wiederkommt, okay. Wir mögen Lia nicht, schick sie wieder weg. Ja, aber, ähm, ich würde dir insofern, ich würde dir insofern ins Gesamtrecht geben, weil diese, äh, Vorhersehbarkeit, ich finde es fast ein bisschen schade, weil du irgendwie das Gefühl hast, dass keiner von unseren Leuten jetzt wirklich auf die, in Anführungszeichen, böse Seite wechselt, weil die schon wieder so, äh, deutlich, auch unmoralisch gezeichnet wird. Und das finde ich halt schade irgendwie, weil, jetzt wird hier wieder ein ganz klares, ganz klarer Unterschied zwischen Gut und Böse aufgemacht. Und unsere Leute sind alle Aufständische und werden das Kamenbaus dann im Endeffekt, äh, stürzen oder verändern auf jeden Fall. Und, ähm, auf der anderen Seite sind die Bösen. Ich fände es doch viel spannender, wenn jetzt einer unserer Charaktere tatsächlich mal wechseln würde, weil das auch da wirklich eine gute Motivation gäbe. Ich finde es, finde es so schade, dass das Kamenbaus mittlerweile so, ich kann es übrigens nicht aussprechen, selbst wenn, vor allen Dingen, wenn ich es schnell aussprechen soll, Kamenbaus, so. Sag halt UK. Wenn das, ja, genau, wenn das UK, äh, dann quasi, ähm, einfach, ja, wenn das ein anderer Lebensentwurf wäre, aber ein Lebensentwurf, dem man auch dann irgendwie folgen könnte. Was es ja grundsätzlich ist, aber trotzdem scheinen da irgendwie, die gesamte Führungsriege scheint korrumpiert zu sein, außer, ähm, außer Mercer, der dann aber relativ schnell zu unseren Leuten wechseln wird, weil er ja auch noch eine Beziehung zu Prinzess hat. Das heißt, irgendwie gibt es da keine richtigen Alternativen, so. Und das finde ich, finde ich schade, weil irgendwie, wir bräuchten eigentlich mal eine Alternative, weil unsere Gruppen funktionieren ja auch nicht. Ja, und es ist halt das, was eben immer passiert, unsere Gruppe kommt irgendwo hin und stellt erstmal alles auf den Kopf. Dazu kommt halt jetzt noch die, die Plotarmer, die haben wir schon öfters angesprochen, ja, aber sie kam jetzt halt gerade in den letzten, in der letzten Folge beim Kampf von Lea versus Maggie, kam die halt voll zum Tragen. Ich fand den Kampf wirklich gut inszeniert, der war wirklich gut, der war brutal, der war, der war direkt und der hatte, da hast du die Schläge gefühlt und, und, und so weiter. Aber es war halt null oder, ich sag mal, nur mäßig spannend, weil du halt wusstest, ja, nee, die kann jetzt nicht drauf gehen, ja. Und, hm. War nur unklar, wer sie erschießen wird, fand ich. Genau. Ob es Negan ist oder Daryl, ne? Es ging nur darum, wer sie jetzt irgendwie Kai aus der Drehbuchkiste rettet, aber nicht das. Und das passiert halt im Grunde genommen immer wieder und das stößt jetzt so ein bisschen sauer auf, sodass eigentlich jetzt die Liste derer, also es müssen noch ein paar Leute drauf gehen, aber ich glaube, wir hatten Hesekiel schon ganz oben auf der Liste, der wird sich noch für irgendjemand opfern. Man kann es eigentlich jetzt sagen, okay, jeder, der keinen Spin-off kriegt, ist halt jetzt durch, perspektivisch. So Gabriel, Aaron, das sind so die auf der Liste, die. Ja, bei den beiden würde ich auch sagen, ich finde ja immer noch, und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich, dass es eigentlich ein total interessanter Charakter ist, ist Lydia. Die finde ich super, super interessant, weil wir immer noch dran denken müssen, dass es die Tochter von Alpha war. Und die auch mit Negan eine sehr, sehr interessante Verbindung hat irgendwie und grundsätzlich halt auch so ein moralisches Zugpferd ist in dieser gesamten Geschichte. Ja, also ich sehe Lydia sehr, sehr gerne und ich würde mir wünschen, dass die irgendwie noch eine coole Rolle bekommt, irgendwo in irgendeinem Spin-off von mir aus, irgendeiner Weiterführerserie oder so, ich weiß nicht genau. Oder einfach auch in dem letzten Staffelteil, dass die vielleicht noch eine wichtige Rolle bekommt irgendwie. Ja, jetzt kriegt sie da noch so eine Romanze mit Elijah irgendwie so angedeutet. Okay, ja, ich glaube von Lydia, wenn wir ehrlich gesagt nicht mehr als nur noch so ein paar Abbinder sehen. Ich glaube nicht, dass da noch mal was Gehaltvolles von der kommt. Also ich fände es schade, weil ich mochte die eigentlich immer, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwie was kützt, denke ich mir ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Was denkst du über die Geschehnisse im Commonwealth? Ja, gut. Also wirklich in den Mauern. Ja, du hast gerade einen richtigen Aspekt gesagt. Der Gegenentwurf, also das ist ja durchaus was, wofür sich zu kämpfen lohnt. Also eigentlich, ja, aber diese Serie muss halt einfach jede große intakte Gemeinschaft als in sich korrupt zeichnen. Sie können nicht anders, ja. Also sobald das groß wird, ist es korrupt. C-S-C-A-M, ja, jetzt halt eben auch das Commonwealth. Na gut, okay, es gab noch diese, diese, diese intellektuellen Gemeinschaft aus World Beyond in der ersten Staffel, die ersten zwei Folgen, die dann platt gemacht wurde. Also die schienen ja zumindest, haben wir da nichts, haben wir da nichts mitgekriegt, dass die irgendwie in sich korrupt gewesen wären. Aber zumindest alle anderen sind latentfaschistoide oder zumindest offen oder latentfaschistoide Systeme, zumindest kommen sie so rüber. Das war ja dann auch am Ende höchst impliziert und gar nicht mehr subtil angedeutet, als dann so die demonstrativ, diese Fahnen dann bei Hilltop und bei Alexandria und bei Oceanside über die Porn geboren wurden. Genau, das war schon sehr on the nose, aber irgendwie könnte das ja auch noch alles Lance Hornsby sein. Mir ist die Rolle von Pamela Milton noch nicht ganz klar. Was, was sagst du über Pamela? Die springen ja gerade wild durch die Gegend, aber ja, Pamela Milton, Pamela, Pamela Milton, ach Gott, die, ich glaube, die wird wahrscheinlich, also ich hoffe ja noch, dass die 10 Folgen, 20 Folgen, 10 Folgen, World Beyond, die ich mir angetan habe, dass die für irgendwas gut waren. Und ich gucke aber auf die Zeit, wir haben nur noch 8 Folgen. Wir haben noch was über Virgil, Rick und Michonne zu erzählen, zumindest suggeriert man uns die ganze Zeit, dass wir haben jetzt noch Pamela Milton, das wird irgendwie aufgemacht, ich habe, vielleicht ruft die ja beim CRM an und holt die irgendwie um Hilfe, keine Ahnung, wie viele Soldaten die selber, die hat, das fühlt sich auch inzwischen nicht mehr wie eine Gemeinschaft von 50.000 an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was am Anfang noch so ein halbwegs gutes Gefühl für eine große Gemeinschaft hat, ist jetzt vielleicht budgetbedingt überhaupt nicht mehr so, es fühlt sich gar nicht mehr groß an, das Commonwealth, nur, nicht nur intakt, also nicht kaputt. Ich bin auch leider über deren Geldsystem gestolpert und habe mir gedacht, okay, wieso, also macht das überhaupt Sinn bei so einem System, Kreditkarten und so, really? Ja, aber unabhängig von Kreditkarten, ich habe mir auch gedacht, irgendwie, wie kann es denn sein, dass da jemand irgendwie so viel Kohle in irgendeinem Schließfach findet und dann nicht sofort das Währungssystem zusammenbricht, weil das ist ja dann einfach zu viel Geld auf dem Markt relativ schnell. Ja, also das ist. Also ich habe keine Ahnung von Wirtschaft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut geht, wenn jemand so viel Kohle da irgendwie reinbringt, wie Sebastian Milton. Ja, bei einer Gemeinschaft von 50.000, wo ich mich frage, warum sie eh noch mit, also in dem Sinne mit Geld irgendwie funktioniert, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht kann man das auch machen, aber das ist so, okay, finde ich irgendwie dieses, kann ich mir nicht so ganz erklären, passt für mich irgendwie auch nicht so rein und dann hätte ich ihm anderen Antrieb gegeben, Sebastian. Sebastian, aber auch deine Frage, was ist mit der Pamela Milton ja nix, ist mit der, die macht ja nix. Was macht die denn? Nix, die ist jetzt in der Folge 16, kommt sie dann mal ganz kurz vor, Folge 12 war sie nochmal dabei, bei diesem einem Empfang und ansonsten macht die ja nix. Wir wissen weder ist sie gut oder schlecht ist. Ja, genau, das ist jetzt die Frage, so die Überschrift von Conny und Kelly war Pamela Milton, lügt euch an. So, worin denn? Also ich habe immer das Gefühl, die blickt teilweise ja selber nicht ganz durch, was eigentlich mit Lance Hornsby passiert oder ist die auf der bösen Seite? Ich weiß es nicht genau. Und was will eigentlich der Lance Hornsby? Das finde ich eigentlich noch interessant. Ja, und was will eigentlich Lance Hornsby? Wir hatten ja beim letzten Mal darüber spekuliert, dass er halt so ein Coup d'etat plant. Mhm, ja. Dann, ja, okay, aber dann frage ich mich immer noch, was macht er jetzt dann, also was ist dann der Sinn jetzt, also er hat ja jetzt dann am Ende, das ist ja sozusagen dann der Cliffhanger für die nächsten, für die nächsten acht Folgen oder zumindest für die nächste Folge, hat er ja dann jetzt alle drei Siedlungen übernommen. Oceanside, Alexandria und Hilltop, wobei Hilltop ist ja wahrscheinlich de facto niedergebrannt. Das bringt ihm jetzt genau. Ja, genau, das Haus war endlich wieder da und jetzt hat sie es in die Luft gesprengt. So, und das bringt ihm jetzt genau was? Es ist ja nicht so, dass er jetzt da drei prosperierende Siedlungen übernommen hätte, die im Überfluss leben. Ganz im Gegenteil, da hat sich er drei Sozialhilfeempfänger ans Bein gebunden. Ja, ich weiß nicht, das war ja schon in dieser, in unserem letzten Podcast haben wir schon drüber gesprochen, was denn eigentlich seine Motivation ist. Pamela Milton wirft ihm ja vor, irgendwie über diese Außenpolitik quasi mehr Macht im Commonwealth allgemein zu fordern und dann irgendwann auch, ja, genau das, was du eben gesagt hast, nämlich diesen Coup d'etat irgendwie zu planen. Kriegt er denn jetzt mehr Macht durch diese Außenbezirke? Ja, eben. Ist die Frage. Das meine ich halt eben. Du würdest ja nur Macht, also klar, territorial, rein räumlich kriegt er mehr Macht, aber dann, wie heißt es so schön, überdehnt man seine Fähigkeiten und seine Kräfte? Ja, kann also jeden dieser Posten nur mit ein paar Soldaten halten, weil es ist ja, er hat ja jetzt nicht da irgendwelche Legionen im Hintergrund. Der hat da acht, neun, zehn Hansel und er braucht sogar noch Lea. Das ist ja auch so ein Punkt. Dann, dann bedient man sich diese, des Subplots Lea, weil hätte man eigentlich mit dem Tobi Carlsen noch jemand gehabt, aber man musste die natürlich noch reinbringen, damit sie sich an Maggie rächen kann. Und ja, auch dieser Showdown, können wir gleich noch drüber reden, über den ganzen Maggie-Plot, aber ich verstehe es einfach nicht, was er damit will. Er überdehnt seine, 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 seine Grenzen, seine, 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 seine Macht, seine, seine Kräfte und er hat nichts davon. Da gibt es keine großen Ressourcen. Er kann sich höchstens bei der, äh, bei der Milton halt irgendwie sagen, guck mal, was ich alles hinkriege, aber sie hat dem ja eh auf den Kieker, also mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, was, was hier jetzt the point ist. Da hätte ich gerne Motivation. Ja, mir auch nicht, mir auch nicht, also vielleicht haken wir Lea und die Reaper erstmal ab, so, das schieben wir mal zur Seite, wir finden jetzt, das war irgendwie eine Sackgasse, aber diese Sackgasse ist ja jetzt auch vorbei. Okay, das heißt, äh, mit den Reapern und mit Lea, dass die Geschichte sich komplett auserzählt, ja, wir hätten uns vielleicht mehr gewünscht, wenn die Rolle von Lea, ähm, in diesen, in dieser letzten Episode irgendwie von unserem Carlson gespielt worden wäre, aber auch die Geschichte ist vorbei. Das heißt, schieben wir jetzt mal zur Seite. Wie geht's, wie geht's da jetzt weiter? So, was hat das mit dieser Münze auf sich? Ja. Du wirfst eine Münze hoch, um über Ocean's Zeit zu entscheiden. Was heißt das? Was erwartest du? Dass, äh, wir einen, ähm, Comic-Fan im Writers' Room haben, der einfach einen Two-Face-Charakter drin haben wollte. Heißt das, dass, äh, entweder die Leute von Ocean's halt alle ermordet werden oder da friedlich weiterleben dürfen? Er ist ja jetzt kein, also der Hornsby an sich ist ja jetzt keiner, der, also wenn die sich ergeben, wird er sie nicht umbringen. So ist er ja nicht drauf. Also der, der, der Carlson hat die ja, sag ich mal, nur umgebracht von, vom Haus geschwürzt, weil sie renitent waren, ja. Ähm, hätten die gesagt, wo die Waffen sind, glaube ich nicht, dass er sie so runtergeschmissen hätte. Ähm, ähm, von daher glaube ich nicht, dass der, die jetzt eiskalt über den Haufen schießt, was hätte er davon? Ähm, da hätte er ein leeres Dorf, toll. Ähm, ja, wie gesagt, plötzlich, mein Gedanke war eigentlich nur, ach Gott, stimmt, Ocean's Zeit. Was ich immer denke, wenn man mal Ocean's Zeit zieht, ja, das ist so, ach Gott, in Ocean's Zeit wohnen noch Leute. Ach so, und da war die Folge schon zu Ende. Ich so, oh, okay, stimmt, ja, Ocean's Zeit waren ja noch Leute drin. Es stimmt schon, damit haben die nicht so richtig viel gemacht, aber ich fände es jetzt wirklich spannend, weil warum wirft er diese Münze? Es muss ja irgendwie um eine Entscheidungssituation gehen, sonst wirft man keine Münze. Ja, und du, du meinst, es ist nicht Entscheidung, ob, ähm, Frieden oder Tod, oder was? Ja, ob Deportation oder, also ich glaube nicht, dass er da einen Massaker begeht, das glaube ich nicht. Nee, nee, glaube ich nicht, weil da würde ich mich ernsthaft fragen, was ist da so der Punkt? Vielleicht, ja, klar, was soll er sonst mit denen, was ist die Alternative, fällt mir jetzt auch gerade keine ein, aber irgendwie glaube ich da jetzt nicht so dem, dem Carlson, dem hätte ich das zugetraut, ja, aber den gibt es ja nicht mehr und von daher. Aber Carlson wollte eigentlich von diesem Leben wegkommen und Hornsby hat ihn wieder dahin gezogen und zum Alkohol und so. Ja, also Hornsby weiß schon und Hornsby hat auch Lea eingesetzt und Hornsby ist jetzt angeschossen worden, also ich glaube Hornsby kann auch tatsächlich in so eine, in so eine Rolle reinrücken, dass er wirklich völlig irre wird und ihm alles egal ist, das heißt, dass er auch einfach die lieben kleinen Ocean-Sideys, äh, killt. Klar kann er machen, aber nochmal, was hätte er davon, außer verrückt zu sein, also, ne, das ist so der Punkt, ich sehe jetzt gerade nicht, was er davon irgendwie hat, weder haben sie ihm irgendwie an Karren gefahren, noch haben sie ihnen irgendwie was vorenthalten, betrogen, hintergangen oder sonst irgendwas, sondern, ja, bei Maggie und Co. könnte ich das ja noch irgendwie verstehen, aber wir wissen ja überhaupt nicht, was mit, äh, mit, äh, was mit Oceanside es irgendwie auf sich hat, also, dann ist für mich Oceanside irgendwie blöd, dann Bewohner von Hilltop, okay, ja, dann mit denen, aber dann ist Oceanside so, okay, warum jetzt Oceanside? Also, dann auch dramaturgisch zu spät, ähm, dann hätte es viel früher passieren müssen, dass man ihn einfach relativ zügig als, äh, Kriegsverbrecher oder als Verbrecher halt eben einführt und er ist für mich einfach the Brain und nicht the Muscle. Ja, schön, schönes Bild. Ja, das kann, kann schon sein, aber wer ist dann, wer ist dann sein Muscle? Weil Lea hat er nicht mehr, Carlsen hat er nicht mehr, Daryl hat er nicht mehr, äh, hätte es ja mal kurz werden können, Carol hat jetzt gecheckt, dass er ein Böser ist, die hätte es ja auch noch werden können, Mercer wird nicht mehr für ihn kämpfen, Dann diese Spezialeinheit, die, äh, die hat Daryl ja auch quasi outgecallt quasi, ne, also da, der eine ist ja auch von den, von den Walkern gefressen worden auf diesem, ähm, Autofriedhof oder was es war. Also, ich weiß nicht mehr, wer ist denn, wer ist denn seine, hat er nur noch namenlose Soldaten oder hat er noch irgendwen, der für ihn kämpft? Naja, es gab doch noch die ominöse Gruppe in diesem Haus rund um den Klempner, der keiner ist, wo wir nicht wissen, was es damit noch auf sich hat. Ach ja, da war doch auch, da war doch der Typ dabei, den, und Stephanie, genau, ja, da war doch auch so ein etwas kräftigerer Typ dabei, den Eugene verfolgt hat, ich glaube, den gibt's noch, kann das sein, oder ist der auch schon tot? Stimmt. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht, genau, stimmt. Die hat Eugene verfolgt und hat das dann immer so angeguckt, was denn da so, äh, abgeht und hat dabei entdeckt, dass Stephanie nicht Stephanie ist und so. Stimmt. Und, also der hat noch irgendwen, ja. Und du merkst, während wir so drüber reden, da sind noch so viele lose Enden, so viele offene Punkte und nochmal, ich gucke auf die Zeit und denke mir so, Freunde, jetzt macht mal hin, das wird nichts mehr und statt jetzt hier eine Stimmung aufgebaut wird, die so ganz klar auf ein Ende, auf den großen Clash oder was auch immer hinläuft, wo ich dann mir schön 24 Folgen Zeit nehme, nee, mache ich mit den Reapern, dann zwei Folgen mit dieser Sekte rund um Ian, ähm, dann mache ich hier diesen gerade eben angesprochenen Eugene-Sideplot auf und so weiter, ich mache überall tausende, unnötig tausende Dinge auf, bei denen ich entweder die Hälfte liegen lasse oder, und das wäre halt mein persönlicher Halbtraum, dass wir in Folge 24 am Ende kurz Riggs sehen und das Ding eigentlich mehr oder weniger überhaupt nicht fertig ist, sondern wir wirklich diese drei Filme brauchen, damit es fertig ist und keiner weiß, ob diese drei Filme eigentlich jemals kommen, weil um die ist es nämlich ehrlich gesagt ziemlich still geworden in letzter Zeit. Ja, und dann, dass man so ein völlig unbefriedigendes Ende ohne Not sich schafft, weil man irgendwie, ich verstehe dir einfach die Macher nicht, ich verstehe es nicht, ich wäre da gerne mal in so einem Entscheidungsprozess mal Mäuschen und würde mal gerne wissen, ob das diskutiert wird und ganz sicher wird das diskutiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht diskutiert wird. Und was spricht dann dagegen, außer wir spinnen die ganze Geschichte fort bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und dann sind wir wieder bei der Beziehung, die nicht enden kann, obwohl sie eigentlich schon längst, obwohl alle ich schon innerlich gekündigt habe. Verstehst du? Das ist so meine Bedenken, das ist so eine Never-Ending-Story, das ist meine Sorge. Aber was wäre denn für dich ein befriedigendes Ende? Also ich habe, ich habe da immer so im Schirm, ja, unsere, auf dem Schirm, unsere Leute übernehmen das Commonwealth, vielleicht unter der Führung von, äh, Mercer oder sowas. Ähm, Carol und Daryl müssen irgendwie, äh, diese Gemeinschaft verlassen, warum auch immer. Und Maggie und Negan müssen auch irgendwie diese Gemeinschaft verlassen. So, dann steht das Commonwealth mit unseren Leuten immer im Hintergrund und da, die einzelnen Serien können irgendwie dahin zurückkehren, wenn sie gerade wollen. Aber ansonsten, äh, gehen wir halt irgendwie mit diesen beiden Pärchen in zwei verschiedenen Serien irgendwie, keine Ahnung, auf Wanderschaft wieder. Genau, und deswegen hat... Ist das ein befriedigendes Ende für mich? Nein, auch nicht, aber man hätte halt eben nicht anfangen dürfen, diese Spin-Offs anzukündigen, wie bescheuert. Verstehst du? Also, wüsste ich nicht, dass es die Spin-Offs gibt, wüsste ich nichts von einer Plot-Armer, also würde ich mir unter Umständen tatsächlich mal um den einen und anderen Sorgen machen. So tue ich es nicht, weil ich weiß ja, das kommt, die haben ja Plot-Armer. Wenn sie Serien nicht kommen, dann haben sie jetzt trotzdem Plot-Armer, weil es ja im Moment Stand der Planung ist. Und von daher, ich frage mich einfach bei vielen Dingen, what's the fucking point? Jetzt wird plötzlich dann nochmal, ich meine, klar, jetzt müssen sie dann auch Negan und Maggie sich wieder annähern lassen. Du hast es vorhin in deinem Recap gesagt, wie viel Zeit ist eigentlich vergangen? Ja, auf einmal sind da irgendwie sechs Monate rum. Ich glaube, in der zwölften Woche ist die schwanger, hieß es irgendwo. Verheiratet ist ja auch klar. Das ging echt schnell. Ich so, okay, und dann ist halt auch so, hältst du ganz ehrlich jetzt mal, ich weiß, liebe Hörer, wir springen heute wild in den Themen, aber die Serie tut es ja auch. Also, ja, wer hat denn hier angefangen? Nimmst du, nimmst du. Hier war es. Genau, nimmst du denn, nimmst du denn Negan, bitteschön, das ab? Drei, vier Folgen vorher hat er noch über Lucille geheult. Und jetzt ist er dann gleich verheiratet und dann ist sie auch gleich schwanger. Und ganz ehrlich, Negan in dieser Gruppe rund um diesen Ian. Ja, die Zusammenhänge habe ich auch nicht ganz verstanden, war, ob Ian, dieser irre Ian, jetzt tatsächlich der Anführer dieser Gruppe, also er war es ja offensichtlich, aber mir passt auch, diese gesamte Gruppe passt überhaupt nicht zu diesem Ian. Oder ob das einfach nur Flüchtlinge waren, die mit da auch gewohnt haben oder sowas. Aber auf der anderen Seite werden die auch als religiös bezeichnet. Also es ist alles ein bisschen schwierig, diese Zusammenhänge. Und bei Negan, ich weiß nicht, vielleicht checke ich Negan auch einfach nicht so richtig, weil ich meine, der scheint ja in der Comic wirklich noch wesentlich mehr Hintergrund zu haben. Und hatte ja auch bei den Saviors irgendwie seinen Harem. Also vielleicht hat er auch einfach ein sehr, sehr seltsames Verhältnis zu Treue und zu, ja, auch zu Bindungen oder sowas. Also vielleicht passt das auch einfach zu der Figur Negan, sich jetzt relativ schnell irgendwie in sowas Neues zu stürzen und da auch sofort irgendwie, also Kinder wollte er ja sowieso immer haben. Das passt doch irgendwie ganz gut vielleicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht checke ich einfach Negan nicht gut. Aber es kommt halt so, das kommt halt so aus nichts. Kommt aus der Kalten. Genau, ja. Und es hat sich nicht angedeutet und so weiter. Und deswegen ist es auch, auch hier frage ich mich, okay, das bringt uns jetzt genau inwiefern weiter. Gut, es könnte jetzt halt sein, dass das sozusagen ein Build-Up ist dafür für die Maggie Negan Serie, weil es muss ja noch irgendwie einen Punkt geben, warum die beiden auch abhauen. Das muss ja auch irgendwie hergeführt und begründet werden. Und da ist es natürlich jetzt, sage ich mal, am einfachsten, wenn man ihnen jetzt ein Love Interest und ein Kind gibt, geboren oder ungeboren, wie auch immer, und man ihm somit eine Motivation gibt, mit der Welt zu brechen, wenn die nämlich das Zeitliche segnen, wovon ich ehrlich gesagt ziemlich stark ausgehe. Was dann seine Motivation ist, mit allem zu brechen und alles hinter sich zu lassen. Und weil bei Maggie auch noch irgendwie sowas eintreten muss, sowas in der Art machen, die sich dann zusammen auf den Weg. Sie hat ja auch schon angedeutet, als sie Herschel ihm anvertraut hat, dass sie jetzt hier auch schon so ein bisschen ihm vertrauen, leichtes Vertrauen entgegenschenkt. Ich finde das, sagen wir es mal so, ich bin es ein bisschen leid, darüber zu sprechen, ob es jetzt Negan verdient hat oder nicht. Einfach aus der schieren Länge, wie das jetzt dauert, dass ich jetzt sagen muss, ja gut, okay, jetzt haben wir in Universe irgendwie acht Jahre rum, ist auch gut jetzt. Ja, kann ich verstehen. Und wir sind ja nicht in einer normalen Welt, sondern wir sind ja in einer immer noch im Ausnahmezustand genommenen Welt, wo jeder um sein Überleben kämpft. Und ich sag mal, von daher habe ich jetzt kein Problem damit und will das fast Maggie und Negan jetzt insofern nicht mehr aufmachen, als dass ich jetzt sage, gut, komm. Entweder man hätte ihn schon vor langer, langer Zeit von ihr kalt machen lassen oder er wäre einfach dann weg gewesen, als er weg war und jetzt nicht nochmal gekommen, aber jetzt, wo er wieder gekommen ist, dann kriegt er irgendwas, um das er trauern und mit der Welt brechen kann. Maggie kriegt irgendwas, um das sie trauern und mit der Welt brechen kann, dann sind sie pari, pari und können dann gehen. Okay, ich kann auch damit leben, dass es sich so entwickelt, weil das tatsächlich dann irgendwann in Richtung eines wirklich abgeschlossenen Endes für diese Serie hinlaufen würde, wobei ich ja immer noch glaube, wenn wir zwei Serien weitererzählen und eine ist ja offensichtlich bestätigt mit Daryl und Carol, dann ist das im Prinzip The Walking Dead Light. Also, ja, weiß nicht. Das sind halt auch die Hauptfiguren, deswegen, ja, keine Ahnung. Was hast du noch auf dem Zettel? Also, ich hätte ja noch, ich hätte noch zwei Sachen, aber wir können auch erstmal, ich habe schon ein paar Themen aufgeworfen. Alles gut, ich habe, wir sind heute munter gesprungen, es ist gar nicht schlimm. Ich habe hier noch so, eigentlich habe ich mehr so Plotpoints, wie gesagt, Ehefrau, Nigen, Schwanger etc., das habe ich hier, passt das zum Charakter vom Nigen. Wir können noch ein bisschen über Nigen und Herschel sprechen, denn das fand ich ehrlich gesagt eine ziemlich geile Szene, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Aussprache. Das Gespräch, das Gespräch fand ich auch super gut, vor allen Dingen, weil uns Nigen ja die ganze Zeit so gezeichnet worden ist, dass er mit Kindern kann und dass Herr Herschel hier auch wirklich seine Wut ausleben lässt, fand ich, fand ich sehr, sehr brillant. Also, ich habe keine Ahnung von Kindererziehung, Therapie etc., pp., aber ich würde sagen, das war schon ziemlich by the book, ja, ich glaube, viel besser hättest du das nicht machen können und von daher auch dieses Angebot, wenn du älter bist, komm zu mir und wir regeln das, ich glaube ihm das, ja, ich glaube ihm das. Und ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass, wenn wir gerade so drüber erzählen, aber das wäre schon zu, ja, zu poetisch, zu Shakespeare-haft irgendwie, dass am Ende dieser Nigen und Maggie-Geschichte, Maggie Nigen doch umbringt. Die aus irgendeinem Grund, irgendein Plot zwingt sie dazu, gemeinsam nochmal irgendwas zu machen, warum auch immer und am Ende, wenn dann absehbar ist, dass es durch ist, dann bringt Maggie Nigen so dramatisch Macbeth-Shakespeare-haft mäßig dann doch noch um. Du, wenn es gut erzählt ist, gerne, ich sehe das auf jeden Fall lieber, als wenn die beiden jetzt ein Paar werden würden. Oh Gott, okay, also das auf gar keinen Fall, das, 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 nee, also so weit würde ich, kann sich Maggie nicht ändern, niemand im Leben würde sich so weit ändern. Gut, vielleicht ein Stockholm-Syndrom, aber nein, 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 auf gar keinen Fall, das, das, das wäre völlig unglaubwürdig. Ja, aber ich frage mich auch, wie Herschel Junior reagiert, weil ich meine, der hat ja, der ist zwar gerettet worden von Nigen, aber das war ja danach, dass er ihn quasi bedroht hat mit der Waffe. Und ich glaube für Herschel Junior ist das Ganze noch nicht abgeschlossen und der ist halt, keine Ahnung, wie alt ist der, sechs, sieben, acht, lass ihn, lass ihn acht, neun, zehn sein, ich habe keine Ahnung, ich kann das Alter dieses, dieses Kerls nicht einschätzen. Aber der kommt ja auch in die Phasen, in der er richtig wütend sein darf. Ja, vielleicht, vielleicht ist es auch Herschel Junior, der, der Nigen dann in der letzten Folge der Nigen-Maggie-Serie umbringt. Kann auch sein. Ja, und vielleicht, dass, vielleicht gerade in dem Moment, in dem zwischen Maggie und Nigen alles wieder sehr, sehr gut läuft und Nigen irgendwie, also so, keine Ahnung, so American History X am Ende, der Tod quasi, wo du denkst, okay, und jetzt am Ende ist es doch total sinnlos. Also du hättest Nigen in eine Milliarde Gelegenheiten hättest du ihn umbringen können, aber jetzt am Ende ist es sinnlos und dann macht er es. Das fände ich dann ganz spannend erzählt. Das fände ich auch spannend erzählt, aber ich befürchte, das haben sie nicht auf dem Kasten. Da sind die zu konventionell. Ich glaube, das ist denen zu poetisch, das glaube ich nicht. Also es wäre toll so, American History X ist, by the way, wer es im Film nicht gesehen hat, nachholen sofort, ab sofort Guckbefehl. Aber ja, das wäre ein sensationelles Ende. Genauso was stelle ich mir für die beiden auch vor. Und das dürfte auch durchaus passieren, weil man hat es ja mit, man hat es ja schon mit Rick verpasst, endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Und ich fürchte einfach, dass... Wollte man vielleicht in diesen Filmen machen, die aber jetzt eventuell nicht mehr gedreht werden. Aber die Macher schaffen es nicht, einen Schlussstrich zu ziehen. Sie können es nicht. Das wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn es halt in Spin-offs erzählt wird. Und das ist halt schade, weil dann läuft sich das Konzept irgendwann tot und dann ist es halt dann doch nur GZSZ und Lindenstraße und keine Ahnung was. Das fände ich halt ein bisschen schade. Weil es gibt ja in dieser Welt unglaublich viele Sachen zu erzählen. Das ist halt das Problem, dass wir bis jetzt drei Serien haben, die im Endeffekt ständig dieselben Sachen erzählen. Also klar, wir hatten bei Fear the Walking Dead diese Bootsgeschichte, die irgendwie nochmal ein bisschen kreativer war. Aber ansonsten laufen die in allen drei Serien, laufen sie ständig durch die Wälder. Und das ist halt irgendwie... Ja, also ich kann noch nicht eine Serie machen, die dadurch bekannt wird und gut ist und so, die dann irgendwie sich darin verläuft, dass am Ende alle nur noch durch irgendwelche Wälder laufen. Und dann denkst du, ja cool, dann machen wir Spin-off-Serien, dann erzähle ich neue Geschichten über diese Welt. Und dann laufen wieder total viele Leute einfach durch die Wälder. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Du kannst doch so viel erzählen in dieser Geschichte. Irgendwie von Großstädten, das ist natürlich teuer oder sowas. Aber bringen sie nach Europa oder sowas oder bringen sie... Oder mach mal das Thema wirklich eine kleine Insel auf oder sowas, wo du so eine Horrorgeschichte erzählst oder so. Oder keine Ahnung, you name it. Es gibt eine Milliarde Möglichkeiten, was du in dieser Welt noch erzählen kannst. Und ich hätte Bock drauf, aber doch nicht ständig nur, ja, dann laufen sie wieder durch den Wald. Ja, absolut, absolut, absolut. Das erinnert mich so ein bisschen, was der Michael bei unserem PK-Cast letztens gesagt hat. Es ist irgendwie immer das Gleiche, was erzählt wird. Und dann sagt er, er hat eigentlich schon mal irgendjemand eine Folge über Datenschutz und deren Folgen gemacht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich an keine Star Trek-Folge erinnern, wo es um Datenschutz ging. Star Trek ist Post-Privacy, da gibt es keinen Datenschutz. Ja, genau, weil es gibt einfach keinen. Egal, auf welchem Schiff du bist, du kannst jederzeit fragen, wer, wann, wie, wo ist Datenschutz, my ass. Genau, genau, das ist alles Post-Privacy. Ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben und die beziehen sich beide auf die letzte Episode. Hast du Lust, mit mir darüber zu reden? Ja, ich wollte mit dir aber noch über Gott sprechen. Ja, genau, genau. Und es geht in dieselbe Richtung. Erste Frage, Heuschreckenplage? Ja, und die Schlange. Fragezeichen? Und Schlange. Und die Schlange und fehlt nur noch der rote Fluss. Und wann hat Gabriel wieder zu Gott gefunden, habe ich mir noch aufgeschrieben. Der ist für genau eine Folge wieder Pfarrer. Ja, genau, aber er nimmt es ja auch nicht so richtig ernst. Er versucht ja irgendwie seinen Leuten da zu erzählen, dass sie sich gut verhalten sollen. Ja, irgendwie sowas. Ja, die Heuschreckenplage. Spielt irgendwie seine Rolle. Die Schlange, da regnet es bald noch Frösche und ist der Erstgeborene auch bald dran. Das ist mein Problem. Also die Heuschreckenplage ist ja, glaube ich, die, also ne, sind mich sicher, es ist die achte Plage. Und die davor haben wir alle nicht gesehen, oder? Also Wasserwürze, Blut, Frösche, Mücken, Fliegen, Viehseuche, Geschwüre, Hagel. Also steigen sie relativ spät ein auf jeden Fall im Exodus, muss ich sagen, wenn sie jetzt die Heuschreckenplage aufbauen. Aber dann stehen wir ganz kurz vor der, stehen wir ganz kurz vor der Finsternis und dem Tod aller Erstgeborenen. Also es kann natürlich sein, dass die ganzen Kinder am Ende sterben alle irgendwie, ne. Aber, keine Ahnung, also ich fand es auf jeden Fall seltsam, dass wir plötzlich diese Heuschreckenplage, obwohl ich meine, es gibt ja auch reale Heuschreckenplagen, ne, gerade in der Welt irgendwie. Ja, aber ich glaube nicht, dass die, dass dieser Teil der USA jetzt dafür sonderlich bekannt wäre. Gut, ohne, ohne Pestizide, ohne Landwirtschaft und so, okay, who knows, ne, also ja, von mir aus. Aber ja, das, 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 da habe ich manchmal das Gefühl, da kommt sich diese Serie so unglaublich clever vor. Äh, oder es ist irgendwie in der Postpro verschütt gegangen, dass einfach zu der Schlange noch irgendwas kommen sollte und haben sie halt dann vergessen reinzuschneiden oder so keine Zeit mehr gehabt. Ich weiß es nicht. Und, ähm, ja, ich habe gerade eben nochmal geguckt, die Heuschrecken sind die achte Plage. Ja, und, ja, ich, ja, wie gesagt, dann kommt danach noch Finsternis und der Tod aller Erstgeborenen, ähm, da müssen wir mal, äh, abwarten, was da noch kommt. Aber, ja, also diese Schlange, du sagst das, ne, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, was machen sie jetzt damit, schaffen sie irgendwie, das wäre nochmal ein kreativer Tod gewesen irgendwie, dass sie da einen liegen lassen, der wird dann von der Schlange gewesen. Irgendwie sowas, ja, ja. Aber die wird einfach nur einmal ganz kurz eingeblendet und dann ist sie weg. Und ich dachte, okay, was, was, was wollt ihr mir jetzt sagen? Also, was, was, was ist das Ding? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe halt auch mit den Heuschrecken habe ich so den, versuche ich den biblischen Bezug irgendwie mir zusammen zu reimen, aber wären die Heuschrecken nicht da gewesen, hätte ich bei der Schlange niemals dran gedacht. Und dann denke ich dran, okay, Schlange, Adam und Eva, Apfel, hä, ähm, das macht halt aber auch keinen Sinn in dieser Situation irgendwie. Nee, in dem Zusammenhang macht das überhaupt keinen Sinn, genau. Oder soll uns das symbolisieren, dass in dieser, an dieser Stelle sozusagen Daryl, weil er da ja endgültig die Seiten wechselt, neu geboren, neu geboren wurde, was aber halt auch kappes ist, weil Daryl nie wirklich die Seiten gewechselt hat. Da gibt es nichts, reborn Christian zu sein, der war immer schon, nein, ja, das ist also, das, ich verstehe es nicht, ich habe es auch nicht verstanden, ich kann es mir einfach nur so erklären, dass das in der Produktion einfach irgendwie, entweder ist das vielleicht doch einfach ein Insider-Gag oder so, oder eine verlorene Wette vom, eine verlorene Wette vom Editor oder sowas. Ja, oder, oder die Animier-Gruppe, die, die für die Animationen zuständig sind, die wollten jetzt einfach mal zeigen, dass sie Tiere auch gut darstellen können. Ja, keine Ahnung. Nicht so wie bei dem Reh in Folge 6, in Staffel 6. Reh, Hasen, Wölfe sind alle eher suboptimal. Ja, keine Ahnung, ich, das sind so Dinge, da bleibe ich auch ab und zu mal etwas stutzig vorm, vorm, vorm Rechner sitzen oder vorm, vorm, vorm Fernseh sitzen und denke mir so, okay, habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Wie gesagt, ich verstehe einige Sachen, ich verstehe nicht, warum man diese interessante Figur des Tobi Karlsson einführt, um sie dann sofort wieder zu killen. Man hätte ja auch jetzt, ich habe mir noch hier geschrieben, Hesekiel ist auch nur munter, um später zu sterben, also da glaube ich halt immer noch dran, dass der, vielleicht, ja, nee, Hesekiel wird das Zeitliche segnen, der wird für mich auch jetzt, Wobei, jetzt wird er auch wieder als Leader aufgebaut mit seinem Krankenhaus im Hinterhof. Yumikos Bruder ist inzwischen auch öfter im Bild als Yumiko selber. Was macht die eigentlich? Stimmt, was macht eigentlich Yumiko? Oh, lang nicht mehr gesehen. Genau, was macht eigentlich Yumiko? Ja, ich, Max und Eugene, Mercer und Princess, das sind alles solche Paarbeziehungen, die hier so da durcheinander geworfen werden. Daryl und Conny ist jetzt gar kein Thema mehr, das ist völlig durch, ja, stattdessen ist jetzt Rosita und Daryl irgendwie ein Team, also es ist alles irgendwie so ein, so ein komisches Konglomerat an Dingen, aus denen ich mir keinen Reib machen kann. Ja, aber Rosita, Rosita und Daryl ist ja keine Liebesbeziehung, weil Rosita hatte ja ihr House of Love und von denen, von den dreien ist immerhin noch Gabriel übrig, ne, mit denen sie da eine Beziehung hatte. Und es war ein Moment, wer war es denn eigentlich, Gabriel? Und dann war es dieser komische Verrätertyp. Wer war denn der dritte? Da war doch noch einer, mit dem sie eine Beziehung hatte. Ja, mit Eugene. Ach, Jesus, genau. Jesus, Jesus, genau, richtig, ja, genau. Nee, stimmt, Eugene auch. Eugene hat da ja auch einen. Die Rosita, das Luder. Unfassbar. Ja, genau, also jetzt Daryl, ja, Daryl und Conny ist halt schwierig, ne, weil Daryl kommt gar nicht mehr ins Commonwealth zurück. Gut, aber vielleicht fliegt Conny da ja auch bald raus wegen ihrem Leitartikel, den sie da geschrieben hat. Vielleicht ist das ja auch das Ende der Serie, alle fliegen einfach raus, die Tür wird abgeschlossen und dann sind sie wieder da. Ich habe sowieso das Gefühl, dass sie am Ende wieder da sind, wo sie am Anfang sind. Und ich befürchte irgendwie so, dass die werden das Commonwealth nicht übernehmen und die werden auch, am Ende sind sie wieder da, wo sie am Anfang waren. Und dann hört das auf mit einem Kamerazoom raus aus Hilltop, keine Ahnung, oder Alexandria und Judith ist in charge. Ja, aber das ist ja, jetzt bist du quasi in unserem letzten Part hier angekommen, der Ausblick. Und meine zentrale Frage ist, wer tötet Lance Hornsby? Daryl. Mörser, 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 Mörser. Mörser könnte sein, ne? Oder Maggie, weil Maggie durfte ja jetzt nicht Lea töten. Ach so, ja gut, sie braucht vielleicht noch einen Kill, ja. Vielleicht wird der Hornsby auch einfach nur... Wie hat Maggie den eigentlich mal umgebracht? Boah, irgendjemand bestimmt... Alpha durfte sie auch nicht töten? Mhm. Außer ein paar Random Reaper oder irgendwelche Trooper oder so. Keine Ahnung, bestimmt viele. Ach so, ja, die bestimmt die Reaper. Doch, hier, hier, Joffrey, Jeffrey. Den hat sie umgebracht, also hängen lassen. Joffrey, Jeffrey? Ja, der ehemalige Bürgermeister von Hilltop. Ach, stimmt. Den hat sie in Staffel whatever, acht, neun, hat sie den ja hinrichten lassen, eiskalt. Da waren wir ja schon so, wow, okay. Aber wir sind uns einig, dass Hornsby stirbt, ja? Ja, klar. Wobei ich mir auch denke, dass er einfach schlicht und ergreifend nur von Zombies gefressen wird, weil er irgendwo gefangen ist und nicht mehr rauskommt, weil irgendeine Säule auf seinen Fuß fällt und er dann nicht mehr wegkommt. Irgendwie so ein Kram. Klassiker. Okay, wer kommt noch wieder, den wir bis jetzt nicht mehr gesehen haben? Naja, es fehlen noch Rick Michonne und Virgil. Das sind mal so die, die jetzt ganz oben auf der Liste stehen. Meinst du, die sehen wir noch? Also ich will endlich wissen, mit welchem komischen Western-Track Michonne jetzt da durch die Gegend gezogen ist. Und Virgil hat ja nun mal in dieser Staffel auch schon angedeutet, gegenüber wem eigentlich? Wem hat Virgil nochmal gesagt, dass er Rick... Judith. Genau. So, und wo ist Judith überhaupt? Keine Ahnung, wo Judith ist. Die geht zur Schule. Die geht zur Schule, genau. Die hat dann natürlich auch, wie niemand unseren Helden oder niemand von den Helikoptern erzählt hat, hat das anscheinend Judith auch niemand erzählt, weil interessiert irgendwie keinen. Gerade so ein Daryl müsste doch eigentlich, wenn er das mitbekommen würde, sofort sagen, ah, dann kann ich ja meine Suche wieder aufnehmen. Tschüss. Ich meine, er hat ja acht Jahre lang nichts anderes gemacht, bis er dann Lea zwischendrin mal kurz getroffen hat. Und gefischt hat. Und gefischt hat. Ja. Also, okay. Es ist schwierig. Sehen wir eine Wiedereroberung von Hilltop, Alexandria und Oceanside? Ja. Also, ich weiß nicht, ob das... Aber warum? Weil sie am Ende nicht in der großen Gemeinschaft leben können, wollen und das einfache Leben auf dem Lande vorziehen. Das Unkorrupte in ihrer kleinen, heilen Welt. Irgendwie sowas. Aber Hilltop ist nur noch Müll, Oceanside war sowieso immer nur Müll und Alexandria ist ziemlich niedergebrannt. Ja, aber ich sehe das doch schon vor mir, dass dann irgendwie so Judith da steht mit Lydia und Elijah, weil es so die letzten drei Überlebenden sind, Aaron tot, Gabriel tot, bla, dann noch irgendjemand von Oceanside, random dude, ja, und die stehen dann da und sagen dann, lasst uns Hilltop wieder aufbauen, lasst uns eine Gemeinschaft werden und dann fährt die Kamera zurück und dann fade to black und die end. Na gut, ich nehme dich beim Wort, das schreibe ich mir so auf. Mit fade to black. Das ist doch ein schönes Ende, das du hier vorzeichnest. Es wäre, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht wann, ich weiß halt nicht wie, es gibt keinen roten Faden, es fühlt sich nicht an wie eine... Es fühlt sich an wie jetzt einfach eine Staffel und danach kommen noch fünf andere Staffeln, weißt du? Es fühlt sich nicht an, als würden wir jetzt hier die letzte Staffel haben. Das ist halt eben das Problem, das ich damit habe und meine Sorge, die ich damit habe. Wenn jetzt noch die zwölfte Staffel käme, die dreizehnte Staffel, würde ich das alles nicht sagen. Dann würde ich mich ehrlich gesagt über ein paar neue Geschichten mal ein bisschen freuen, über neue Bösewichte, hätte zwar immer noch die Beschwerden, dass die alle so ein bisschen randommäßig reingedumpt werden, um dann gleich wieder zu verschwinden, aber ich würde mir keine Sorgen machen, ob das hier zu einem sinnvollen Ende kommt. Und es ist immer, ich weiß nicht wie dir das geht in deinen anderen Podcasts, aber es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man ehrlich gesagt gar nicht über die Handlung redet, sondern nur über das Drumherum, was wir jetzt seit fast einer Stunde machen. Das ist nie ein gutes Zeichen für die Handlung, wenn man dauernd so abschweift und über andere Dinge redet, weil die eigentliche Handlung auf den Bierdeckel passt und schnell erzählt wird. Und je länger man dann drüber redet und je länger man dann drüber nachdenkt, umso mehr Dinge fallen einem wieder ein, wo man sagen muss, okay. Und für vier Folgen habe ich ehrlich gesagt nur eine, zwei, anderthalb Seiten Notizen gehabt für vier Folgen. Ja, wobei das glaube ich jetzt bei dieser Handlung auch vor allen Dingen daran lag, nicht dass so wenig passiert wäre. Es ist ja einiges passiert, sondern dass es immer so ein Aktion-Reaktionsplan war. Also irgendwie scheint mir nicht, dass Hornsby jetzt den großen genialen Superplan hat, sondern er muss halt immer auf das reagieren, was ihm gerade vorgeworfen wird, also beziehungsweise was ihm vor die Füße fällt. Er sagte, oh, okay, die Waffen sind weg, dann müssen wir mal suchen, wer sie geklaut hat. Ah, es war Lea. Hm, dann können wir die ja benutzen, um eventuell Maggie zu töten. Oh, okay. Okay, Lea stirbt, aber dann ist ja vielleicht jetzt die Gruppe geschwächt und Maggie kann jetzt nicht zurück nach Hiltop. Das heißt, wir können einfach Hiltop einnehmen. Also es wirkt irgendwie immer so, als würde er auf das reagieren. Also Leben in der Lage irgendwie, was Hornsby macht. Und dann ist es halt relativ schwierig, irgendwie darüber zu erzählen, ach, guck mal, hier war ein Schritt des großen Plans und hier war ein Schritt des großen Plans und sowas, weil so ein richtig großer Plan scheint da einfach nicht zu sein. Der will halt irgendwie sich mehr Macht aufbauen, um dann vielleicht irgendwann Pamela Milton anzugreifen, dass da vielleicht noch irgendwas im Hintergrund läuft mit diesen komischen Ermittlungen, mit dieser komischen Listen oder diesen Listen, die da entstehen und auch wie Sebastian da irgendwie noch drin verwickelt sein könnte oder sowas. Das kann ja alles sein, aber das wird uns im Prinzip nur angedeutet und nicht richtig erzählt. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt eigentlich auf die letzten acht Episoden, wie sie das versuchen noch zu Ende zu bringen. Ich möchte jetzt gar nicht so negativ gucken, sondern ich sage einfach, okay, sie haben acht Episoden und ich bin gespannt, wie sie es schaffen, dann irgendwie noch eine runde Geschichte draus zu machen. Das ist definitiv machbar. Ich sage nicht, dass das nicht machbar ist, wenn du, wenn jede Folge sich 50, 55 Minuten Zeit nehmen darf, dann geht das auf jeden Fall. Aber wenn du natürlich dann zwischendrin noch wieder Folgen hast, wie jetzt die gerade mal 40 Minuten Laufzeit haben, dann wird es halt eng. Es gibt Miniserien, die in sechs, sieben Folgen erzählt werden und dann auch wirklich komplexe Sachen spielen. Lower Decks packt in 20 Minuten mehr Handlung rein, als die in vier Folgen. Aber ja, wie gesagt, ich bin halt da ein bisschen skeptisch. Der Punkt ist aber, und das finde ich so faszinierend und das vielleicht auch so mal, um die Sache auch nochmal positiv wohnt zu machen. Es macht trotzdem Spaß zu gucken. Irgendwie schaffen sie es in dieser Staffel trotzdem, dass es, ich sitze nicht vorm Fernseher und denke mir, oh mein Gott, sondern sie schaffen es immer wieder, dass ich trotzdem, ich habe Spaß, gerade ich hatte an diesen vier Folgen Spaß, ich habe an der ganzen elften Staffel Spaß. Ich könnte halt noch mehr Spaß haben und das ärgert mich ein bisschen, wenn ich mir denke, da fehlt nicht viel, um gut zu sein. Aber es ist immer noch Lichtjahre über dem Tiefpunkt in der siebten, achten Staffel und ich habe einfach Spaß dran, auch wenn ich manche Plots nicht hundertprozentig so verstehe, aber als Guilty Pleasure, dass ich andere Maßstäbe setze, gebe ich hier einfach manchmal auch ein Go. Ja, passt. Passt. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute wieder. Wir verabschieden uns jetzt mit Dead Nerds Talking in die Staffelpause, die ungefähr bis Oktober dauern wird, wenn ich mich recht insinne. Das heißt, ihr habt eine Menge Zeit, uns Feedback zu schreiben an info at nerdizismus.de. Ihr könnt uns natürlich auch auf Discord schreiben unter nerdizismus.de slash Discord und eine WhatsApp respektive Sprachnachricht an die 01525 95, ne 01525 9647709, so oder Michael kann das viel besser, 01525 9647709. Dann haben wir zwar ein bisschen Halbwertszeit bis Oktober, aber ihr könnt uns ja auf jeden Fall mal schreiben, wie ihr denkt, dass es weitergeht und dann lesen wir das in der nächsten Folge vor und dann sind wir ja noch weit vom Finale weg. Dann wird es noch auf jeden Fall noch Berücksichtigung finden und dann weiß noch keiner, wie es ausgeht. Also ich bin positiv optimistisch, dass das noch was werden kann. Ich habe natürlich ein paar Zweifel, aber gucken wir mal. Wir haben viele Dinge heute nicht auflösen können, aber mein Zettel ist auch ein bisschen leer gequatscht. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich danke dir, Andreas. Wir werden uns auf der FETCON sehen. Wenn ihr auch auf der FETCON seid, dann sprecht uns an. Wir machen wieder samstags das Nerdquiz, sonntagmorgens den Castblast. Da geht es diesmal um Sci-Fi im Allgemeinen. Mal gucken, wo wir uns da rauspicken. Ihr könnt von Nerdizismus dann mehr hören zu unseren aktuellen Besprechungen rund um Star Trek PK, genauso wie beim Discovery Panel. Und wir sind gerade in der Vorbereitung bzw. die erste Folge schon im Kasten eines kompletten Recaps des Oeuvres von Mr. Jackson im Sinne der Herr der Ringe und Hobbit-Filme als Vorbereitung auf die Herr der Ringe-Serie, die dann kommt. Und wir werden dann auch zeitnah die ersten drei Folgen oder vier Folgen von Moon Knight besprechen. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinterher kommen. Wahrscheinlich die ersten drei Folgen. So, in diesem Sinne. Macht es J da draußen. Geht weiterhin schön Gassi, schlaft gut ein, fahrt vorsichtig und noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.